Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz, das kleine Boot. Peppa und ihre Familie wollen ein Picknick machen. Ich liebe Picknicks. Ich auch. Der Picknickplatz ist da drüben am anderen Ufer. Oh, wie sollen wir denn da rüber kommen? Wir fahren mit einem Boot. Man ruft es mit dieser Glocke hier. Hallo zusammen. Das ist Opi Mümmel mit seinem Ruderboot. Wollt ihr vielleicht ans andere Ufer? Ja, bitte. Oh stopp, Papa Wutz, ich hab nicht genug Platz. Wiedersehen, Papa. Keine Sorge, warte kurz, ich komm dich sofort holen. Tschüss. So, Ruderboot, fährt mit groß und klein. Manchmal kommt ein Krokodil, dann müsst ihr laut schreien. Picknickplatz. Alle waren verbaut. Danke, Opi Mümmel. Papa Wutz wartet immer noch am anderen Ufer. Hallo, Papa Wutz. Das ist Familie Wolf. Und was machen sie denn hier? Wir machen ein Picknick. Wollt ihr vielleicht mitmachen? Ja, bitte, Papa Wutz. Haha, noch mehr Fahrgäste. Frauen und Kinder zuerst. Oh stopp, das Boot ist schon voll. Ich komm euch aber sofort holen. Wiedersehen. Oh, roh, roh, der Boot fährt mit groß und klein. Manchmal kommt ein böser Wolf, dann müsst ihr laut schreien. Hallo, Peppa. Hallo, Wendy. Wir machen mit euch Picknick. Oh, super. Aber wo ist Papa Wutz? Er wartet mit Herrn Wolf. Ich werde langsam hungrig. Keine Sorge, wir haben ja das Picknick. Alle an Bord. Stopp, stopp, Herr Wolf. Ich hab nicht genug Platz im Boot. Oh, weh. Ich habe eine Idee. Du wartest hier, Opi Mümmel. Und wir fahren rüber. Aber gern. Ich kann eine Pause brauchen. Herr Wolf und Papa Wutz fahren zusammen über den Fluss. Jetzt hab ich wirklich Hunger. Hurra, da sind wir. Hallo, Papa. Wo ist denn das Picknick? Oh. Opi Mümmel wartet mit dem Picknickkorb. Es fehlt doch noch der Picknickkorb. Hahaha, ohne Picknickkorb gibt's auch kein Picknick. Hahaha, oh, da hast du recht. Äh, was ist mit mir, Opi Mümmel? Äh, kein Platz, Papa Wutz. Ich kann dich gleich holen. Äh. Da kommt Frau Ente mit ihren Freundinnen. Oh, hallo, Frau Ente. Wenn ihr zum Picknick wollt, müsst ihr auf das kleine Boot warten. So wie ich. Oder man schwimmt einfach rüber. So wie ihr. Hier kommt endlich der Picknickkorb, Leute. Hurra. Und da kommen die Enten. Die Enten kommen wirklich immer vorbei, wenn wir Picknick machen. Möchtest du ein bisschen Käse, Opi Mümmel? Ja, so eigentlich sollte ich ja schon wieder unterwegs sein. Aber ich nehme gern ein Stückchen Käse. Hahaha. Ich liebe Pudding. Und ich Salami-Brot. Äh, der. Die haben mich vergessen. Hier habt ihr ein bisschen Kuchen, Frau Ente. Mögt ihr Kuchen gerne? Mein Papa mag auch gerne Kuchen. Oh, wo ist Papa? Wir haben ihn vergessen. Ahoi. Ich bringe dich jetzt rüber zum Picknick. Hurra. Papa Wutz. Oh, wir haben dich vergessen. Aber ich habe hier noch Pudding für dich. Und ich Salami-Brot. Und Schorsch hat eine Erdbeere für dich. Wie nett von euch allen. Gibt es auch noch Kuchen? Nein, den haben die Enten gekriegt. Sieh mal. Frau Ente hat einen Wurm für dich. Hahaha. Oh, ho. Dankeschön, Frau Ente. Hahaha. Ru, 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 der Boot fährt mit groß und klein. Manchmal kommt ein böser Wolf, dann müsst ihr laut schreien. Ah! Ah! Hahaha. Ah! Oh! Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020